Und ein kleiner Nachtrag, den ich jetzt am Ende von dem Video aufnehme, mir ist aufgefallen, oder auch dir jetzt, wenn du diese Zeit siehst, wie lange dieses Video dauert. Und das Ziel von diesem Video ist nicht jetzt hier ein knackiges Video zu machen, das dann irgendwie viral wird in der Sicht, 100.000 Klicks, Millionen, was weiß ich, sondern es geht einfach darum, dass du als Azubi, der vor einem Hotelfachmann Prüfung steht, dass man hört, wie das bei mir gelaufen ist, einfach um dich zu beruhigen und einfach das, ja so, dass es einfach mal ein Netz ist für dich quasi, weiß schon, also deswegen ist es halt recht lange, deswegen schneide ich da wahrscheinlich relativ wenig raus, also die Lücken und so weiter schon, was nicht rein muss, aber ja, so halt, verstehst du, gell? Herzlich willkommen zu diesem Video, mein Name ist Paul, ich bin fast 33 Jahre alt und habe vor, heute ist Sonntag, Donnerstag, vor drei Tagen meine Ausbildung zum Hotelfachmann erfolgreich abgeschlossen mit der Abschlussprüfung, mit der praktischen und ich würde gerne einfach, um anderen die Angst davor zu nehmen, den Ablauf von so einer praktischen Prüfung einfach ein bisschen näher bringen, wo gemerkt, ich habe meine Ausbildung hier in Sachsen gemacht, in Dresden, bei euch, bei dir kann das ganz anders aussehen, aber ich denke, so der Grobablauf oder der Inhalt, der ist eigentlich relativ gleich, glaube ich, oder kann gleich sein, es hängt eben, wie gesagt, von den örtlichen IHKs ab oder die Prüfungen, die Aufgabenstellung und so weiter und natürlich sind auch die Prüfer ein ganz großer Faktor, ich meine, wir sind alle nur Menschen, da gibt es halt auch nicht so angenehme Prüfer, genauso wie es sehr angenehme Prüfer gibt, so wie ich jetzt hauptsächlich sehr angenehme Prüfer hatte, das ist ein bisschen Glückssache, aber ich meine, da muss man auch durch und ich würde einfach anfangen, ich mit einem ganz normalen Ablauf, ich plane noch andere Videos zu machen, einfach so kürzere, wie man sich oder wie ich mich auf die Prüfung vorbereitet habe, welche Fehler ich gemacht habe, was ich denke, was ich recht gut gemacht habe und so weiter oder auch generell, wie man, also so Tipps für die Ausbildung, die ich jetzt so als fast 33-Jähriger eben, also wo ich so ein bisschen anderen Blick auf die Dinge habe und so weiter, was ich da gelernt habe und was ich jetzt anders machen würde, was ich auch anderen empfehlen könnte, so meine Erfahrungen einfach. Wie gesagt, die Vorbereitungen und so weiter, das packe ich in ein anderes Video, das ist nochmal ein Thema für sich, das muss jetzt hier glaube ich nicht rein, deswegen fange ich einfach mal an mit der Fahrt zum Prüfungsobjekt quasi, das ist so ein Kochstudio hier in der Gegend, ein bisschen außerhalb von Dresden kommt man nicht so leicht hin, also ja, ist alles relativ, aber ich habe einen entsprechenden Führerschein, einen entsprechenden Auto, für mich war das relativ praktisch, also die Prüfung hat am 14.00 Uhr angefangen, an einem Donnerstag und man sollte, also man sagt, man sollte mindestens eine Viertelstunde davor da sein, ich glaube es hält keinen, also jeder der kann, jeder der flexibel ist mit Auto, der wird irgendwann die Krise bekommen und dann einfach losfahren, also sprich, also entsprechend früher und ich bin dann so kurz nach eins losgefahren, ich brauche ungefähr 20 Minuten, so 25 Minuten, ich habe mich, ich habe mich nie verfahren, aber ich hatte mich fast verfahren, sprich das muss man auch immer noch eben beachten, dass es da Verzögerungen geben kann und war dann entsprechend so um halb schon da, ich bin dann reingegangen mit einer anderen aus meiner Schulklasse, die zu der gleichen Zeit auch Prüfung hatte und da wurde es dann ganz gechillt mitgeteilt, dass, ja, wir sind ein bisschen früh und so weiter, haben wir ein bisschen Zeit, kommen bitte eben Viertel vor zwei nochmal rein und dann geht es und so, also los und so weiter, also ganz gechillt. Wir haben dann, also ich und meine Mitazubine, sagt man da, haben dann einfach noch in dem Raum selber gewartet, da waren, also da war noch kurz davor einen ganz normalen Kantinenbetrieb, für die, also das ist so ein Haus, wo es auch andere Firmen gibt und die dort halt ganz normalen Mittag essen können und die waren dann in den letzten Aufräumarbeiten und die Prüfer waren auch schon teils da, ja, genau und die Köche haben schon gewerkelt in der Küche und so weiter und ja, dann ging es irgendwann los, also man musste sich dann in so eine Liste eintragen, wir waren sechs Prüflinge, also so eine ganz normale, einfache Liste mit sechs Namen, musste man einfach einfach unterschreiben, dass man eben da ist und dann konnte man sich umziehen und man kommt zu einem kleinen Anstecker mit einer Nummer drauf, das ist wirklich wichtig. Und zwar wurden wir darauf hingewiesen, recht schnell, dass wir nicht unsere Namensschilder tragen sollen, wir haben ja alle unsere normale Uniformen dabei gehabt mit den entsprechenden Namensschildern, aber an diesem Tag wurde uns gesagt, sind wir keine Namen, sondern wir sind nur Nummern, im Witz und entsprechend haben wir die Namensschilder gleich abgenommen, haben da diese Nummern herangepinnt, von eins bis sechs, sechs Prüfer, Prüflinge, vier Prüfer waren es ungefähr, äh, unbedingt, äh, übrigens, ja, sechs Prüf, vier Prüfer und sechs Prüflinge, so, also so, ich weiß nicht, ob das normal ist, ob es da auch größere Prüfgruppen gibt oder so, aber naja, auch eine Sache, die wahrscheinlich überall anders ist, wieso rede ich so lange darüber, weiß es nicht, okay, genau, wir haben unterschrieben, haben uns dann umziehen können, das war eigentlich auch, also, da hat man seine Ruhe, da kann man nochmal ein bisschen zurückschalten und so, muss man genießen, äh, doch nicht, okay, wir haben es umgezogen, genau, wir sind dann reingekommen, wir haben uns umgezogen, wir sind dann reingegangen, in den Ausbildungsraum und dort waren dann schon so Tische aufgestellt, also so, ähm, ganz normale Tische zu einem Vierertisch zusammengestellt und noch der Beistelltisch eben oben am Rand, äh, mit entsprechender Nummer drauf, also wusste jeder gleich, welche Nummer er hatte und wir sollten schon mal alles, was wir dabei haben, sprich, das Ausbildungsnachweisheft, mit glorreiches hier, sieht auch bei jedem anders aus, ich hab's nicht so wunderbar geführt, Ausbildungsnachweisheft ist auch so eine Sache für sich, eigentlich sollte sich das ja auch nach dem Ausbildungsrahmenplan richten, sprich, die ganzen Sachen, die im Ausbildungsrahmenplan stehen, sollten eigentlich auch hier drin stehen, aber am Ende habe ich ganz oft einfach siehe oben, siehe oben, also siehe am Tag davor, weil man dann doch irgendwann einfach nur noch dasselbe macht, was ein bisschen schade ist, was man auch ändern könnte, was sich ändern oder so, genau, man sollte das mitbringen, dann ist es nicht schlecht, auch noch die Einladung zur Abschlussprüfung dabei zu haben, das sieht dann so aus, sieht natürlich auch wieder bei jedem anders aus, aber hier steht nochmal alles drauf, auch mit der theoretischen Prüfung hier, wo dann auch der erste Teil der praktischen Prüfung ist, also die Aufgabenstellung, die man dann entsprechend bekommt bei der theoretischen Prüfung, darauf gehe ich jetzt glaube ich auch nicht noch genauer ein, meine habe ich schon ein Video gemacht, zur theoretischen Prüfung, muss ich nochmal nachschauen, ich habe das, ich habe die Prüfung und so weiter, das ist mir alles ein bisschen jedenfalls ist es nicht schlecht, sowas auch noch dabei zu haben, hinten drauf sind auch andere Hinweise und dann noch auch hier, die, was man eben noch dabei haben muss bei der praktischen Prüfung, das ist auch gut, wenn man sich da immer mal wieder das halt hervorholt, quasi und guckt, ob man wirklich alles da hat, klassischer, was man gerne mal in der Prüfung übersieht, ist das Gesundheitszeugnis, sieht dann bei mir sieht das so aus, ich habe erfahren, dass es da auch so ein blaues Heft gibt, was auch irgendwie Gesundheitszeugnis sein kann, ist mir jetzt in der ganzen Ausbildung eben bis zum Schluss jetzt nicht so sehr unter die Finger gekommen, aber ich meine, das gilt auch wichtig ist, dass es hier die Bescheidung nach § 43 Absatz 1 Nummer 1 Infektionsschutzgesetz, das muss draufstehen, das ist das Wichtigste. Okay, ähm, genau, 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 noch mehr nach. Jo, ach ja, die Prüfung. Genau, man hat dann seinen Tisch, da war der Molton schon drauf und man hat eben sich alles ein bisschen vorbereitet, man sollte dann das Ausbildungsnachweisheft, den Ausweis und dieses, ähm, na, das Gesundheitszeugnis sollte man zusammentun, dass die Prüfer das schnappen können und entsprechend dann eben prüfen können, dass man wirklich die Person ist, dass man eben dieses, aus, dieses Gesundheitsdienst, äh, haben, äh, hat und dass man, also, dass man befähigt ist, die Prüfung zu machen und eben, dass sie dann gleich noch das Ausbildungsnachweisheft zu checken. Wie gesagt, zum Ausbildungsnachweisheft mache ich noch ein anderes Video, glaube ich, aber da sollte man schon wirklich schauen, dass jede Seite da ist, vorhanden ist. Kurzer, ähm, Hinweis oder Tipp von mir, einfach eben entsprechend die Ausbildungs-, also immer hier oben, also da dranbleiben, dass man die Ausbildungsnachweisnummern chronologisch fortführt, also von 1 bis, in meinem Fall, 139 und am besten auch gleich die Kalenderwochen und das Datum Ausbildungsjahr und so weiter und das Ausbildungsjahr, dass man wirklich, wenn man hier so durchblättert, dass man gleich sieht, was nicht, also was fehlt und, ähm, aber das ist dann alles immer wieder. Jetzt ging es so weiter, dann ging es so geprüft und so weiter und dann, hm, dann ging es los. Dann hat man sich so in einer Reihe aufgestellt, also die, eine Reihe Auszubildenden und dann auf der anderen Reihe, also die Prüfer und dann wurde halt so begrüßt und so Hallo und so und herzlich willkommen zur Prüfung und dann wurden die Prüfer vorgestellt und dann gab es noch ein paar Hinweise, eben der Klassiker, du wirst gefragt, bist du, also fühlst du dich bereit, die Prüfung zu machen, sprich körperlich, so. Und wenn du da Nein sagst, dann gilt die Prüfung als, muss ich lügen, ich glaube, dann gilt sie nicht als angefangen und somit dann, wenn du dann umkippst, dass das dann abbricht oder so, oder das wird so. Also, sprich, da kannst du nochmal quasi den Kürzeren ziehen. Machst du natürlich nicht. Dann ziehst du es durch und so weiter. Das ist mehr so eine rechtliche Frage, einfach so ein, ja. Das war dann so eben kurz nach zwei und also die Prüfung besteht aus drei Teilen, aus dem gastorientierten Gespräch, dem Rezeptionsgespräch und dann in meinem Fall der Service, also der Service von einem viergängigen Menü, am Abend dann in meinem Fall, also meine Prüfung hat um 14 Uhr angefangen und entsprechend gab es dann eben Abendessen und das Rezeptionsgespräch und das gastorientierte Gespräch, das hat dann eben am Nachmittag stattgefunden. Das heißt, die vier Prüfer haben sich in zwei Gruppen aufgeteilt, um dann eben die entsprechenden Themen zu prüfen und die Prüfer kamen halt der Reihe nach so versetzt. Also ich hatte die Nummer eins, nee, die Nummer sechs hatte ich, nee, ich hatte die Nummer eins. Ich hatte die Nummer eins, das heißt, ich bin dann recht schnell zum Rezeptionsgespräch gekommen, was in einem separaten Raum stattgefunden hat, natürlich. Es gab dann so in diesem Bürogebäude so eine Lobby, wo wir immer warten mussten und dann entsprechend halt nacheinander in die Zimmer reingegangen sind. Und ja, Rezeptionsgespräch, das ist eigentlich auch, wenn man sich ein bisschen vorbereitet hat und eigentlich nicht schlimm so. Hier kommt es natürlich auch wieder ein bisschen auf die Umstände an und auf den Prüfer und so weiter. Ich hatte da wieder Glück, ich hatte einen guten Prüfer, der recht gechillt war. Und der hat mich dann einfach so Sachen gefragt. Also ich konnte zuerst noch, ich habe zuerst noch ein bisschen gefragt. Also wenn man Fragen hat, ist auch ganz wichtig, immer Fragen stellen, auch während der Prüfung. Und die Prüfer werden dann schon sagen, hey, das ist eine fachliche Frage, das werde ich jetzt nicht beantworten. Oder nochmal halt das wiederholen und so. Und ganz ehrlich, es wurde auch so manche fachliche Frage nochmal kurz so ein bisschen beantwortet und so. Aber immer Fragen, in meinem Fall habe ich dann nochmal gefragt, ob wir jetzt wirklich von meinem Hotel, also meinem Ausbildungsbetrieb ausgehen oder ob es irgendwie sich die Berufsschule ist oder wo halt ein fiktives Hotel ist oder was weiß ich. Und in meinem Fall war es so, das war mein Hotel, wo ich mich auch ein bisschen in der Umgebung auskenne und so weiter. Natürlich, wo ich jetzt drei Jahre oder zweieinhalb Jahre bei mir jetzt gearbeitet habe. Und er war ein Walk-in, also jemand, der keine Reservierung hat. Sprich, man musste halt bestimmte Sachen wissen und halt so abfragen. Man hat erst noch eine Personenzahl gefragt und so weiter und hat dann eben fiktiv, also hat man auch so ein bisschen gemacht, weil es dann natürlich kein PC gab oder ein komplettes Reservierungssystem, wo man erstmal die Verfügbarkeit und so weiter rausholen musste. Man hatte da nur so eine Art, so eine Rednerpult, wo ganz viele Flyer ausgelegt waren und ein paar Blanko-Meldescheine. Und ja, die Verfügbarkeit war natürlich da. Ich habe einen normalen Preis gesagt, der, da man in Dresden noch anhand von dem Preis total kompliziert die Beherbergungssteuer berechnen muss, oder es ist nicht kompliziert, aber es kann sehr kompliziert werden, oder man findet da nicht so leicht rein, ist auch wurscht, habe ich dann schon einen Preis erfunden quasi. Das muss kein richtiger, also die checken nicht, ob das jetzt da wirklich der Tagespreis war, was kein Sinn macht. Sprich, auch da kann man das Gespräch schon steuern. Also wenn man sich, wenn ich jetzt irgendwelche komplizierten Beträge genommen hätte, dann hätte ich mir das Leben selber schwer gemacht. Sprich, also da kann man schon sehr viel steuern. Genau, dann habe ich also auch den Preis gesagt und dann gleich gesagt, das ist ohne Frühstück und das ist noch ohne diese Beherbergungssteuer, so heißt es wie die Taxi in Dresden. Und habe dann gleich gesagt, beim Walk-In muss man bei uns gleich bezahlen und so weiter. Also ein bisschen höflicher, auch ein bisschen ordentlicher. Und da hat es dann angenommen das Angebot, ist dann reingecheckt quasi, hat auch wieder so fiktiv, also hat nicht dann den Meldeschein ganz ausgefüllt, hat einfach so ein bisschen getan, als würde er den Meldeschein ausfüllen. Und hat dann noch ein paar Fragen zum Meldeschein gehabt, wo ich dann auch nicht genau, also im Detail wusste, also ich weiß natürlich, dass es da um das Bundesmeldegesetz geht und so weiter, dass der Meldeschein ein Jahr aufgehoben werden muss und dann innerhalb von drei Monaten vernichtet werden muss und so weiter. Aber er hat dann auch gefragt, zum Beispiel, ob der Meldeschein an die Behörde geht, also ob das Papier dann ins Rathaus geht oder sonst wohin. Und das konnte ich natürlich verneinen, der bleibt natürlich bei uns, aber ich wusste zum Beispiel nicht so genau, was mit den Daten passiert, beziehungsweise ob wirklich die Adresse auch an die Behörde geht. Das ist mir in dem Moment, oder ganz ehrlich, weiß ich auch jetzt nicht so ganz. Ich habe dann gesagt, da bin ich mir nicht so ganz sicher und da geht es mehr um die Statistiken. Beides stimmt, ich war mir nicht sicher und es geht wirklich, glaube ich, hauptsächlich um die Statistiken, dass die Stadt halt weiß, dass es nicht welche, aus welchen Ländern die Leute da sind, aus welchem Grund, vielleicht auch Alter und solche Sachen. Und das war dann in Ordnung, wie auch immer, da wurde dann nicht, da wurde man nicht gleich verbessert irgendwie. Ging dann weiter, der Gast wollte bezahlen. Er hat mir eine Kreditkarte gegeben und da, das ist ein ganz, ich weiß, das macht wahrscheinlich jeder Prüfer, dass es irgendwie so ein, so ein, ja, er hat mir eine Kreditkarte gegeben, die abgelaufen war. Sieht man ganz einfach hier, Valid und Till oder oder diese, diese, also der Monat und das Jahr. Bei mir war es irgendwie 2015, das kann man schnell erkennen. Sagt man, entschuldigen Sie, die Karte ist leider nicht mehr gündelig, oder haben Sie noch eine andere Karte? Ach, und da, und da, da, da prüfen wir natürlich, ah ja, entschuldigung, hier andere Karte und so. Und dann hat man natürlich die Rechnung, also auch wieder so gespielt, so die, die Karte, halt, bei uns steckt man die in so ein kleines Kästchen rein, dann wird die halt abgelesen und so weiter. Das tut man auch alles so, einfach so kurz so machen und so. Genau, der Gast hat dann bezahlt und so weiter und, ähm, ist dann ins Zimmer gegangen. Dann kommt der Anruf, da tut man natürlich auch wieder so kurz so halt machen, so, als wie man telefonieren würde. Und, ähm, der Gast hat halt gesagt, ja, hier, Klo ist nicht sauber und auf dem Bett liegen, äh, Haare. So. Irgend so halt. Wieder was erfunden. Und einfach, um zu sehen, wie ich halt reagiere, also der Prüfling. Und ich hab dann gesagt, ja, tut mir leid, hier und her und bla und, ähm, wir können Zimmerwechsel machen. Und, ähm, im Nachhinein hat er dann gesagt, dass wir im Grunde alle, also alle Prüflinge, haben immer gleich einen Zimmerwechsel angeboten und, ähm, also einfach so als Hinweis. Das war jetzt nicht Teil, also hat er nicht dann gleich schon während dem Rezessionsgespräch, äh, hat er das nicht gleich gesagt, aber so einfach so als Hinweis jetzt schon an dich, äh, nicht immer gleich einen Zimmerwechsel anbieten, sondern man könnte auch mal selber kurz hochspringen oder jemanden hochschicken vom Hausgeber, wenn noch jemand da ist oder wer auch immer das dann macht. Genau, das war das, dann, also der Gast war dann im Zimmer und so weiter, das Zimmer war dann auch irgendwann in Ordnung. Nächsten Morgen kommt er zurück und dann gab es so ein paar Fragen, die ich nicht so genau wusste. Was ich noch sehr gut weiß oder wusste, ist, wie man von meinem Hotel in die Stadt kommt. Es ist sehr einfach, 200 Meter aus dem Hotel raus und dann mit der Straßenbahn und so weiter, 20 Minuten in die Stadt, alles gut. Aber der Prüfer wollte dann auch wissen, welche Ausstellungen im Zwinger, nennt sich das hier in Dresden, sind einem, einem, einem großen, also historischen Gebäude, wo ganz viele, oder wo immer wieder, nein, wo ganz viele, oder wo vier, glaube ich, Ausstellungen sind. Und das wusste ich gerade nicht. Zum Nachhinein weiß, kann ich mich daran erinnern, dass das gesagt wurde, dass sowas dran kommen kann. Und ich meine, solche Sachen kann man eigentlich auch lernen, aber wusste ich halt nicht. Und da habe ich dann klar gesagt, nee, das tut mir leid, da müsste ich nachschauen. Wir haben ja auch so Fly und so weiter, dann hat er gleich abgewunken. Und dann gab es noch ein paar fiese Fragen oder Fragen, wo ich nicht darauf vorbereitet war und wo ich auch mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, dass das nie irgendwie mal dran kommt. In der Ausbildung, in der Berufsschule, was ich jetzt nicht jetzt irgendwie anklagend irgendwie, hey, er hat mich nicht ausgebildet und so weiter, sondern es konnten halt immer irgendwelche Fragen dran kommen. Ich wusste den Dollarkuss an dem Tag 1,17, aber wir sind hier relativ nah an der tschechischen, polnischen Grenze, also jeweils eine Stunde oder so, wo es dann da eben rüber geht. Und der fiktive Gast, der wollte wissen, der wollte mit dem Auto nach Prag fahren. Und er hat gefragt, ja, also wie komme ich da hin? Und ich wusste noch, dass man halt auf den tschechischen Autobahnen Maut bezahlen muss, was ich immer gesagt habe, dass er das beachten soll und so weiter. Aber er hat dann auch gefragt, zum Beispiel, ob da durchgängig Autobahnen sind oder ob man da auch noch auf Landstraßen ausweichen muss, weil es halt keine Autobahnen gibt. Und das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich weiß, dass das Autobahnnetz in Tschechien jetzt nicht so ausgebaut ist wie in Deutschland. Ich meine, es gibt noch so Strecken, wo die Autobahn einfach aufhört und wo es dann halt auf normalen Straßen weitergeht. Das wusste ich jetzt nicht. Und ich wusste auch nicht genau, wo es die Vignetten gibt für die Autobahn, für die Maut. Und er wollte auch wissen, den Wechselkurs, also Euro und tschechische Kronen. Ich wusste in dem Moment auch nicht, was die Währung von Tschechien ist. Ich habe gesagt, ich glaube, es waren Kronen, tschechische Kronen, was, glaube ich, auch stimmt. Mir ist verunsichert. Aber wenn man sowas echt nicht weiß, dann muss man auch nicht so rumtrucksen. Sondern kann man sagen, es tut mir leid, das weiß ich jetzt nicht. Und das passt dann auch. Und das ist halt sowas Sachsen-Dresdens-spezifisches. Das ist natürlich auch entsprechend, wo du die Prüfung machst, dann anders. Aber denk auch an das Umland. Oder meistens, wenn es irgendwo in Deutschland ist, dann gibt es vielleicht die Frage, wie man zu irgendwelchen Großstädten in der Nähe kommt. Also hier auch mal ein bisschen weiterdenken. Einfach so als Hinweis. Und dann war es schon vorbei. Das waren dann so ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten, wo wir da zusammen geredet hatten. Und dann war es vorbei. Und dann ist es immer höflich, wenn man sich dann noch verabschiedet und sich bedankt. Und da gibt es auch unterschiedliche Prüfer, habe ich jetzt schon gehört. Da gibt es Prüfer, die wollen dann einfach loswerden und dass der nächste reinkommt. Aber ich habe mich dann bedankt und so weiter. Und das war dann alles in Ordnung und so. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich habe hier die... Ne, habe ich nicht hier. Ne, doch hier. Wobei... Ne, habe ich nicht. Ach, komm man. Ach, ne, habe ich nicht. Man erfährt dann auch nicht gleich, wie man war. Also wie viele Punkte man bei den einzelnen Bereichen hatte. Im Nachhinein ist dann eine andere Auszubildende dann noch... Also als die, die im Reaktionsgespräch war, hat sie irgendwie mitgekommen, dass ich, ich glaube, 87 Punkte hatte. Was ich jetzt hier auch in der Auswertung, die ich jetzt hier habe, was jetzt hier nicht steht, was ich ein bisschen schade finde. Aber es ist auch wurscht eigentlich. Aber ja, wäre auch schön, wenn man da mal gleich irgendwie so eine Nummer hätte. Oder ich meine, die müssen auch ein bisschen auswerten wahrscheinlich. Naja, egal. War ich fertig, bin wieder rausgegangen und so. Und ja, hatte ein gutes Gefühl. Ich meine, ich war die ganze Zeit meine Ausbildung an der Rezeption. Im Gegensatz zum Service, wo ich fast nicht war. Deswegen hatte ich da eigentlich ein gutes Gefühl und so. Und ja, hat alles gepasst irgendwie. Und dann musste ich halt relativ lange warten. Und wir waren, wie gesagt, sechs Prüflinge. Und die sind immer so zeitversetzt in die unterschiedlichen, also in die zwei eben. Also das gastorientierte Gespräch und das Rezeptionsgespräch gegangen. Also sprich, da hat man immer wieder so längere Pausen. Und hier hat keiner von uns, oder ich glaube, eine von uns hatte noch ein bisschen Vesper dabei. Und eine Trinkflasche. Und an Vesper hatte ich überhaupt nicht gedacht. Eine Trinkflasche brauche ich nicht, da ich kein Problem habe, Wasserhahn zu trinken im Klo. Was ich dann auch öfters mal gemacht habe. Aber in diesen Pausen hat man wirklich Zeit, mal noch was zu essen. Oder auch wenn es nur ein Riegel ist, oder eine Banane oder so. Also nimm dir was mit, dass du ein bisschen was in den Magen bekommst. Weil der Tag ist wirklich lang und anstrengend. Jo, dann kam irgendwann das gastorientierte Gespräch. Da hat man dann in der theoretischen Prüfung, als ersten Teil der praktischen Prüfung, eine Aufgabenstellung bekommen. Das hier, das sieht dann so aus. Diese ganzen Sachen, ich weiß gar nicht genau, ob ich da noch irgendwas ausblurren muss. Irgendwie wegen Copyright oder so. Ich lasse aber drin. Oder? Ja, ich lasse drin. Also spricht also so eine Aufgabenstellung. Bei mir musste ich ein Wochenendarrangement für eine 50 Personengruppe erstellen. Das hat man bei der theoretischen Prüfung mitbekommen, als Teil des ersten Teils der praktischen Prüfung. Und hat dann eben da einige Zeit, sich darum zu kümmern. Und die sollte man noch nutzen. Tipp A. Und B. Guck wirklich nach was Besonderem. Also wir haben die Aufgabenstellung in Löbau. Eine historische Stadt hier in der Nähe. Wo in diesem Tag, in diesem Jahr der Tag der Sachsen stattfindet. So ein recht großes Volksfest und so. Und um den Tag der Sachsen herum sollten wir halt ein Programm erstellen. Vorteil bei mir. Ich habe da mal in der Nähe gelebt. In Herrnhut. Eine Stadt, die nochmal eine Viertelstunde entfernt ist oder so von Löbau. Und deswegen kenne ich mich da in Herrnhut sehr gut aus. Und da gab es, also da gibt es wirklich besondere Sachen, wie den Herrnhuter Stern. Also das hier. Uh, ich habe es eingeblendet. Uh, wie cool. Und auch eben eine christliche Gemeinde, die da eine sehr interessante Kirche hat. Also ein Kirchgebäude. Und auch einen sehr interessanten Friedhof, der auch halt besonders ist und so weiter. Und in diesem gastorientierten Gespräch konnte ich mit diesem etwas Besonderen wirklich punkten. Das haben die Prüfer gesagt, dass es wirklich gut ist, dass ich das da reingebracht habe. Ich möchte das nicht irgendwie klein machen, was die anderen gemacht haben. Aber, ähm, man hätte natürlich auch einfach nur irgendwie bisschen in die Berge von, also, oder die Hügel von Löbau wandern können. Oder so, oder in Löbau einfach irgendwie was machen können. Aber guck auch da wirklich nach was Besonderem. Genau, also ein gastorientiertes Gespräch. Man ist in diesen Prüfungsraum gekommen, wo dann auch nachher der Service stattfand. Also in diesem großen Restaurant. Da war einfach ein Tisch. Die zwei Prüfer auf der einen Seite, auf der anderen Seite der arme Prüfling. Und dann hat man eben sein Programm vorgestellt. Das habe ich jetzt gerade nicht hier. Kann ich vielleicht auch hier einblenden. So sieht das ungefähr, so hat das bei mir aus. Einfach so das Programm ausgearbeitet. Und ich habe dann leider leider nur, also ich habe mich nicht wirklich um Fly gekümmert. Sondern habe einfach nur teils die Webseiten ausgedruckt. Und das ist auch nicht ganz so, wie es sein sollte. Auch einfach weil, wenn man Webseiten ausdrückt, dann sind die teils ewig lang. Und ohne wirklich Informationen. Also weil das Format einfach sich verschiebt und so weiter. Am besten ist es wirklich, und das machen eigentlich alle guten Ausbildungsziele. Und das, wenn man da hinschreibt, hey schick mir doch Papa Flyer. Dann machen die das auch. Sollte man natürlich nicht am Tag vor der Prüfung dann erst anfangen. Sondern, aber da habe ich zum Beispiel Punkte verloren. Hätte ich da, oder weiß nicht, wahrscheinlich hätte ich da Punkte verloren. Ich habe da natürlich keine Punktzahl bekommen und so weiter. Aber ja. Und dann stellt man das einem Programm vor. Also die Prüfer sind dann quasi die Kunden, die Gäste, quasi die Verantwortlichen für diese Gruppe. Und man überzeugt die quasi das Programm, das man da hat, dass das super ist. Wahnsinn, super. Und währenddem man diese Liste da abgeht, die ich gerade eingeblendet hatte, da sagen die Prüfer eigentlich selten was. Die hören halt zu und so weiter. Und man hat auch ein Budget, das man möglichst ausreizen sollte. Auch hier müssen die Preise jetzt nicht irgendwie der Realität entsprechen. Sprich, wenn einem halt zum Beispiel bei 50 Personen noch 100 Euro fehlen, dann schlägt man einfach auf irgendeinen Programmpunkt, der halt, was weiß ich, 17 Euro kostet. Und nochmal 2 Euro drauf und dann hat man die 100 Euro auch noch ausgereizt. Dann kommt dann genau auf das, was man ausgeben kann. Also so kann man da tricksen. Da muss man nicht irgendwie reale Preise irgendwie nehmen. Real wichtig, aber nicht unrealistisch. Ja, also wenn dann Essen auf einmal, weiß ich, ein 3-Gänge-Menü irgendwie mit Getränken und so weiter, wenn es auf einmal nur noch 3 Euro kostet oder so. Ist nicht so ganz, ja. Das geht auch so, also insgesamt vielleicht so 15 Minuten, 20 Minuten oder so. Wovon man natürlich selber lange Zeit redet und sich auch wirklich, also nicht das zu ausschweifend machen soll. Aber man sollte schon schauen, dass man möglichst viel redet, dass die Prüfer dann am Ende weniger Zeit haben, um Fragen zu stellen und so weiter. Was dann eben danach kommt, die Prüfer stellen ein paar Fragen hier. Und da haben sie auch gesagt, hier mit Herrenhut und so, das ist eigentlich super und so weiter, besonders und so. Gut gemacht und so weiter. Ich hatte einen Programmpunkt, also den ich optional gestaltet habe, wo nicht jeder hingehen musste. Und wo die dann auch gesagt haben, hey, wenn da nicht jeder hingeht, dann haben wir Geld verschenkt. Sprich, das Batsch hat nicht ganz ausgereizt. Und im Nachhinein ist es total blöd, dass ich das optional gemacht habe. Wieso habe ich das nicht einfach als festen Programmpunkt gemacht? Auch, ich habe es halt optional gemacht, weil ich die älteren Leute da nicht noch irgendwo rumschicken wollte und dass die halt sich da selber entscheiden können. Aber, hey, ich hätte die sonst wo hinschicken können zu diesem einen Programmpunkt. Aber, habe ich halt nicht gemacht. Also, aber auch da habe ich relativ gute Resonanz bekommen insgesamt und bin auch da dann wieder mit einem guten Gefühl rausgegangen. Dort musste man, oder hat man noch die Unterlagen, die man gesammelt hat und das Programm, hat man dann auch den Prüf von dort gelassen. Also, das nimmt man dann nicht mehr mit. Einfach das archivieren die oder was weiß ich. Irgendwie ganz komisch. Ähm, ja. Dann war es irgendwann Abend. Es ist schon rausgesickert, dass die Gäste gegen 18.30 Uhr kommen, also halb sieben. Die Prüfung hat um 14 Uhr, also um 2 Uhr angefangen und um halb sieben sollten dann die Gäste kommen. Sprich, irgendwann so gegen 5 waren dann alle durch und dann hat man sich wieder im Restaurant getroffen. Und dann gab es noch mal ein paar kleine Einweisungen, wie man eben dann seine Festtafel eindecken soll. Und hier kommt dann alles rein, was man in der Prüfung, äh in der Berufsschule gelernt hat. Und was man wahrscheinlich schon öfters geübt hat in der Berufsschule, aber was in der Praxis einfach nicht dran kommt. Man muss da einen kompletten Tisch, also mit 4 Gästen eindecken, entsprechend der Gänge und so weiter. Mit einem Beistelltisch, mit einem, ich weiß immer noch nicht genau, französischen Service, also einem Plattenservice. Dass man quasi den Hauptgang in Platten auf den Beistelltisch bekommt auf Geridons, also diese Wärmeplatten. Und dass man davon quasi die Teller macht und so weiter. Und dann eben vorm Beistelltisch das Hauptgericht serviert. Also, ja, macht man nicht. Also ich hab's noch nie, oder ich wüsste auch gar nicht, wo ich da hingehen sollte, in welches Restaurant. Dass ich irgendwann mal diesen Service genießen kann, wenn man das genießen kann. Ja, dann ging's los und dann musste man einfach eben erstmal den Beistelltisch herrichten. Nein, erstmal musste man die Tisch... Nein, oh, ich hab's vergessen. Ganz am Anfang, bevor man in die Rezeptionsgespräche oder das gastorientierte Gespräch geht, musste man noch die Tischdecken auflegen. Warum auch immer. Und schon da hat man quasi wie so Pärchen gebildet, also immer der Nachbartisch, also immer zwei Prüflinge konnten dann auch während dem Service immer wieder Sachen zusammen machen, wo man eben schnell mal zusammen zwei, also vier Teller dann... Anstatt dass man das ein oder vier Teller nehmen muss, und so weiter, konnte man den anderen Prüfling, wenn der gerade nichts zu tun hatte, konnte man fragen, hey, kannst du mal kurz mit mir hier, und so weiter. Also da hat man schon sehr viele Sachen zusammen gemacht. Das erste war eben die Tischdecken aufzulegen und das hat man schon vor diesen ganzen Gesprächen gemacht. Punkt eins ist dann natürlich erstmal den Beistelltisch herzurichten. Sprich alles was man dann irgendwann mal braucht, um den Tisch zu decken, wird dann erstmal da drauf gestellt. Man hat dann davor auch schon das Menü von den Köchen bekommen. Das heißt, die Köche, also der Koch, der einem zugewiesen war, oder die Köchin in meinem Fall, die sind dann noch mal kurz rausgegangen, haben uns die Menükarten gegeben. Und da steht dann eben das Menü drin, und das hat man dann noch kurz besprochen. Gerade beim Dessert ist es wichtig zu wissen, worin der Koch das Dessert anrichtet und so weiter. Oder auch wie viele Platten man für das Hauptgericht hat, wie viele Einzelteile, oder ob man da was beachten muss. Und hier auch als kleinen Tipp, man hat ja natürlich ein vollständiges Kellnerbesteck dabei. Also diese Tasche, die man meistens hier an der Seite hat. Mit allen möglichen Sachen, was man auch nie in der Praxis braucht. Aber da muss man es halt dabei haben. Und da hat man natürlich auch einen kleinen Blog dabei. Man muss auch schließlich aufschreiben, was die Gäste trinken wollen. Oder solche Sachen halt. Und man darf natürlich nicht vorher Spickzettel machen. Aber währenddessen kann man da immer wieder Sachen reinschreiben. Sprich, ich habe mir dann aufgeschrieben, welche Teller ich brauche. Ich hatte das Menü hier, den Blog hier, und habe mir einfach aufgeschrieben, welche Teller brauche ich. Dass ich da einfach mal einen Überblick habe, dass ich das Ganze nicht in den Kopf machen muss, wo sowieso alles ein bisschen wuschig ist. Oder also generell Sachen, die ich einfach nicht vergessen darf. Ich habe mir dann auch nochmal das Menü aufgeschrieben. Leider so, dass ich es dann am Ende nicht mehr lesen konnte. Aber nutze den Blog wirklich. Da kann man, also Sachen, oder wenn du irgendwie eine Idee hast, wie du den Tisch, also die Tischdekoration, was in unserem Fall nur so ein Rechteck war, so ein rotes Rechteck, was man einfach draufhaut. Und dann eine Kerze und so Plastikblumen. Ja, das muss jetzt nicht irgendwie, da muss man nichts groß selber mitbringen oder so. Das reicht, dass man das irgendwie halt hinstellt. Auch wenn man da vielleicht noch irgendeine Idee hat oder so nicht. Also nutze den Blog, nutze die Macht des Bloges. Denn die Macht des Hirnes ist, naja. Genau, dann hat man einfach alles erstmal hingerichtet auf den Beistelltisch. Und hat auch da immer wieder, also da kann man immer wieder so ein bisschen eine Pause machen. und gucken, was noch fehlt oder wie man das auf den Beistelltisch hinrichtet und so weiter. Und man musste dann auch, also drei Gläser eindecken. Es wurde gesagt, drei korrespondierende Gläser eindecken. Was mich verwirrt hat, denn korrespondierend heißt doch eigentlich, dass es zu irgendwas passen muss, also zu dem Gericht. Aber in meinem Menü habe ich im Grunde nur einen Wein gebraucht. Ich hatte, es ist, ich weiß gar nicht, was ich, ähm, was hatte ich denn? Ist auch wurscht. Jedenfalls war es dann richtig, dass man einfach irgendwelche, also weißwein, rotwein und dann Sackglas einfach mal eindeckt. Und wie sich dann später herausgestellt hat, wurde das dann, nachdem der Tisch abgenommen wurde und kontrolliert wurde, also dass alles gedeckt wurde, noch bevor die Gäste kamen, hat man nochmal die entsprechenden Gläser ausgehoben, die man nicht braucht. Aber ich greife vor, ich greife vor. Oder eigentlich nicht. Ja, weil man hat dann halt den Beistelltisch eingerichtet, eingedeckt und dann hat man irgendwann, wenn alles, was man braucht, auf dem Beistelltisch war, das dann auf den Tisch gedeckt. Und auch hier habe ich ein bisschen, da ich das eben a, also ich habe generell im Grunde nicht wirklich Service gemacht und b, erst recht nicht so mit Beistelltisch und den ganzen Tram-Tramen und so. Und da wusste ich im Grunde schon voraus, dass ich da nicht so gut sein werde, um es mal vorsichtig zu beschreiben. Aber da deckst du einfach an den Tisch und dann ist es irgendwann gut. Achte einfach auf die ganzen Sachen, die du halt im Voraus noch genauso wie ich gelernt habe. Also ich habe mir ja den unterschiedlichsten Ressourcen angeschaut, was leider auch, muss man sagen, oft, dass man, was man, ich möchte jetzt nicht alles schlechtreden, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich von den Berufsschulmaterialien, dass ich da wirklich alles, also dass ich anhand von diesen Materialien das wirklich lernen konnte, wie das, wie das alles, also diese ganze Eindeckerei und so weiter. Das sind viele, viele Punkte, wo man einfach nicht weiß oder wo man keinen Bezug dazu hat oder so. Aber hey, da muss man einfach durch und das muss man einfach so gut machen, wie man es kann. Und die Prüfer sind da auch nicht irgendwelche Idioten, die da lachend daneben stehen, die sagen dann auch schon mal, hey, guck dir das nochmal an oder so. Also es ist schon so, dass man da noch ein bisschen so, nicht Hilfestellung bekommt, aber so kleine Schubser halt so, dass man da nochmal ein bisschen was nachguckt und so. Es ist eine Prüfung, es ist eine vollwertige Prüfung, was auch immer das heißt, aber man hängt da nicht oder man muss da nicht in der Luft hängen, so besonders, wenn es dann losgeht. Man muss halt auch immer die Mentalität haben, man ist jetzt im Moment, also man ist jetzt hier im Moment und man kann nichts mehr ändern. Sprich, man sollte versuchen, sich nicht so wuschig zu machen, sondern einfach im Moment zu sein und einfach zu machen und vorwärts zu gehen und nicht zu denken, hier, Panik und so, sondern einfach machen dann. Okay, du hast dich gut vorbereitet oder du hast dich nicht vorbereitet und jetzt bist du an diesem Punkt, wo es, the point of no return, also wo es halt nicht mehr zurückgeht, wo du nicht mehr nochmal irgendwo eine Ressource zu Rat fragen kannst quasi. Und ja, so wurde der Tisch eingedeckt, hat dann, ich glaube, man hatte da eine Stunde Zeit oder so und man hatte eine Stunde Zeit, ganz genau. Interessant war auch, so als kleine Anekdote, es wird ja immer gesagt, dass man, also in meinem Fall habe ich eben gedacht, dass wir vier unterschiedliche Servietten machen müssen. Und auch das habe ich nochmal gefragt, wie das jetzt ist, ob man da wirklich die vier Servietten machen muss und die Prüfung noch so, ja nee, nee, das machen wir nur in der Zwischenprüfung, so einen Quatsch machen wir jetzt nicht mehr. Also, und irgendwann war dann auch die Stunde vorbei und ich habe dann schon beim Eindecken gemerkt, dass, also ich habe natürlich nicht alles richtig gemacht und ich habe auch die Teller teils ein bisschen zu knapp zusammen gemacht. Das heißt, ich musste schauen, wo der Brotteller hingehört, der da nicht mehr reingepasst hat. Und ich hätte jetzt die Möglichkeit gehabt, entweder nochmal alles, halt die ganzen Teller auseinanderzuschieben und das alles ein bisschen verwurschteln, aber da die Zeit schon ein bisschen vorangeschritten ist, habe ich mich einfach dazu entschieden, den Teller nicht direkt neben, also links, neben den normalen Teller, also den Brotteller, nicht links neben den normalen Teller zu legen, weil da kein Platz war, sondern einfach ein bisschen höher zu schieben. Und da habe ich auch nie eine Rücksprache gehört, ob das okay ist oder nicht, aber ich meine, so muss man sich dann halt auch einfach helfen und abwägen, habe ich noch Zeit, um irgendwie das alles dann mit dem Haufen zu schmeißen oder improvisiere ich einfach ein bisschen und hoffe, dass ich da irgendwie durchkomme. Und dann war die Stunde vorbei und es wurde auch immer wieder angesagt, so ja, hier noch eine Viertelstunde, noch 10 Minuten, noch 5 Minuten Schluss und so. Und dann mussten alle rausgehen und so weiter und dann haben die Prüfer halt die Tische bewertet. Und dann ist man halt irgendwann mit reingekommen und dann hat jeder Prüfer sich einen Prüf, also hat jeder Prüfer sich einen Prüfling geschnappt. Also, oder die ganzen Prüflinge haben halt dann einen Prüfer bekommen, der halt dann nochmal den Tisch ausgewertet hat. Was mich sehr irritiert hat, da ich wirklich keine Ahnung vom Service oder relativ wenig Ahnung vom Service oder gerade diesem Service habe, ist das auch währenddem ich das eingelegt habe und den Tisch, also den Beistelltisch eingelegt habe, da kam immer wieder so, also immer wieder, es war zweimal, ein Prüfer vorbei und der hat so gemeint, ja, das sieht ja gut aus, so bestätigend so, oder also richtig so, nicht so, und ich habe es nicht so als so ein mitleidiges, so so eine Pseudo-Bestätigung empfangen, sondern als, wie wenn diese Person wirklich gesagt hat, hey, das sieht richtig gut aus, so. Was natürlich super ist, aber es hat mich in dem Moment verwirrt, weil ich wusste, dass ich nie so viel weiß oder vielleicht weiß ich auch mehr, als ich denke, hmm, Rang für die Ewigkeit. Und dieser Prüfer oder diese Prüferin hat mich dann auch ausgewertet und hat halt im Grunde nur noch zwei, drei Sachen gesagt, die halt nicht ganz gestimmt haben. Wir haben einen Cocktail gehabt, also als Vorspeise und Cocktails, also zu Cocktails habe ich überhaupt keinen Bezug. Also mit diesem Cocktail meine ich, also die Vorspeise, wo ich erst recht keinen Bezug habe, denn zu normalen Cocktails, was ich als Cocktails empfinde oder was ich weiß, was Cocktails sind, also da habe ich auch absolut keinen Bezug dazu. Ich habe noch nie, ich bin noch nie einen Cocktail getrunken gegangen, also und generell, ich trinke gerne einen guten Wein oder ein gutes, was weiß ich, hochprozentiges irgendwas, aber ich bin jetzt keiner, der sich hier durch die Kneipen sauft oder so und dann halt entsprechende Vorkenntnisse hat und so weiter. Ja, also da habe ich eben das falsche Besteck eingedeckt und beim Cocktail muss man auch den, also man muss einen kleinen Löffel, also einen Mittellöffel, Mittellöffel, Mittell Gabel oder sowas eindecken, natürlich dann ganz außen, links und rechts jeweils, aber der Löffel, der muss so schräg sein. Ich hatte ihn halt so und ich hatte glaube ich keine Gabel oder irgend sowas. Jedenfalls waren es nur so zwei, drei kleine Sachen, die man dann noch irgendwie ändern musste und es hat dann gepasst. Ich musste dann noch einen anderen Teller nehmen, also für die Suppe, für den Seitengang in dem Sinne, also einen Trageteller und so, da musste ich noch ein bisschen was machen, aber sonst hat eigentlich alles gepasst. Ich hatte auch genug Weinbesteck da, musste auch einen Wein dann servieren und präsentieren und Habitable und so. So, und dann hat man sich glaube ich nochmal getroffen und hat, oder irgendwann wurde halt auch nochmal erklärt, wie das dann läuft mit den Gästen, dass die dann eben dann irgendwann kommen und dass man dann sich am Eingang hinstellt, so als Ausbildungsgruppe so. Und dann hat man, da gibt es wieder eine Liste, wo die Leute halt hinkommen und sagen, hallo, ich bin der und der und drei Personen oder vier Personen oder zehn Personen, und dann hat man, also da wurden die schon quasi im Voraus zugeteilt. Also man hat die Gäste dann zu seinem Tisch begleitet und so, hat sich jetzt vorgestellt und so, hallo, bla bla, Smart Talk. Und auch das ist wieder so eine Sache, wo ich einfach, einfach Glück hatte. Ich hatte die besten Gäste, die man sich vorstellen kann. Es waren einfach, also zwei ältere Ehepaare, so irgendwie Rentner, die halt zusammen, die zusammen da hingegangen sind. Waren super freundlich, super nett, immer, immer, immer freundlich und haben auch immer mal wieder nachgefragt und haben auch, nicht auch so ein paar kleine Sachen, die ich halt nicht, die ich halt vergessen hatte, hingewiesen, aber alles super und so. Und hat auch ein bisschen was von mir erzählt und so weiter, hin und her. Und welchem Hotel ich bin, dann kannten die ein Restaurant in der Nähe von dem Hotel, was ein bisschen bekannter ist und so weiter und hin und her, bla, Smart Talk. Und was ich dann danach mache und dass ich halt schon, dass ich halt weitermache und so weiter, ein bisschen andere Aufgabenstellungen und so weiter. Also es ist super, also wirklich die besten, die besten Gäste, die man haben kann. Und ja, auch hier muss man halt hoffen, dass man eben solche Gäste bekommt. Ich habe hier dann auch, als ich mich verabschiedet habe, gesagt so, ja, ich habe irgendwas gesagt, so in der Richtung, ich habe mich halt gedankt und so. Danke, dass Sie da waren und ich wünsche Ihnen alles Gute und dass Sie noch vielen anderen Azubis auch gute Gäste sein können. Also irgendwie sowas. Also es war richtig super. Ja, dann ging es los. Also man musste halt eben die ganzen, also der erste Gang war eben dieser Cocktail, wo man halt eben mit dem Tischnachbarn oder der Tischnachbarin, der ich auch übrigens sehr dankbar bin, dass sie mir so geholfen hat und so. Und dass sie mich da auch, also nicht jetzt direkt hingewiesen hat, hier, das stimmt nicht. Also das ist richtig gut. Ich weiß leider nicht ihr Name oder so oder ich hätte mich da gerne nochmal bedankt. Aber, naja, ging dann auch schnell vorbei und so. Na jedenfalls, ja, genau, erster Gang, man, was soll ich jetzt alles im Detail vortragen? Ich glaube, ich mache es nicht im Detail. Ich habe die Idee, oder ich würde das gerne mal so richtig zu einem richtig guten Video zu machen. Einfach so mal auch von mit einer Kamera von oben und so richtig, dass man alles sieht. Und dann mehrere Kameras, also eine von oben, dann auch Kameras im Detail, dass man so einen richtigen Ablauf halt macht und erfährt, wie das halt richtig läuft, dass man das auch mal aufs Video hat. Was ist irgendwie, also ich finde das solche Sachen nicht. Ich weiß nicht, ob es solche gute, also ob es gute Videos in der Richtung gibt da draußen, aber ich finde sowas nicht irgendwie. Deswegen auch dieses Video übrigens. Ja, und also man hat auch eine Getränkekarte gehabt, so ein kleines, einlaminiertes Dings, wo man halt den Gästen halt eben Getränke anbieten kann. Und man hat noch so ein A4-Blatt, einfach so irgendwas Billiges, Kopiertes gehabt mit zwei Aperitifs drauf, die man halt eben auch den Gästen anpreisen soll. Was auch wieder ein bisschen, was halt mehr Arbeit ist so und das halt, die muss man da nicht selber mixen oder so. Aber meine Gäste waren halt auch, also die haben halt gesagt, nee, nee, wollen kein Aperitif und so. Sie wollen alle nur einfach so eine kleine 0, 2, 5er Flasche mit Sprudel, so. Also so kein Bier mit einem großen Gläsern und so, wo ich auch schon so schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ich habe auch schon mal ein Bier einem Gast in den Rücken geschüttet und so. Das muss, glaube ich, jeder mal machen. Aber die wollten halt einfach nur was Kleines trinken und so. Und dann auch ganz zum Schluss zum Dessert soll man eben auch fragen, ob jemand noch eine Kaffeespezialität will, was halt auch wieder so ein bisschen Aufwand ist und so, ein bisschen hinterher und servieren und bla. Und die halt alle, nee, nee, das wollte ich nicht und so, alles gut. Also ob sie, also ob sie wussten, wie so eine Prüfung läuft und wie man es einem Prüfling einfach machen kann. Das war einfach so. Die werden mir in Erinnerung bleiben. Ich meinte auch, dass ich die schon mal gesehen habe, dass die irgendwie, bei irgendwas, also die kam mir bekannt vor, aber ich weiß nicht mehr. Anyway, wie gesagt, ich versuche mal ein Video zu machen mit der Hilfe von anderen, da das nicht alleine, also das geht dann wirklich nicht alleine, dass man mal so richtig einen kompletten Service hoch, also qualitativ hochwertig, vielleicht auch mit 4K Kameras. Ich habe jetzt nur eine 4K, also nur eine 4K Kamera, da müssen wir noch irgendwas organisieren. Aber anyway, ja, was gibt es noch? Wichtig ist, dass, also bei dem Ablauf da, also man arbeitet immer mit dem Tischnachbarn oder mit einem, mit einer, mit einem Azubi, der halt gerade Zeit hat zusammen. Da kann man, also wenn die Gäste mit dem Gang fertig sind und man muss abräumen, dann ist es immer besser, also man sollte sich da, oder nein, man soll sich da einen, also den Nachbarn, den irgendeinen Azubi, der halt gerade hier rumsteht und nichts zu tun hat, einfach fragen, hey, kann sie kurz hier helfen, dann sollen wir zusammen abdecken oder das Essen holen oder zusammen halt, also man ist ja nicht immer die ganze Zeit so alleine am Tisch, muss halt gucken, wie man selber zurechtkommt, sondern man arbeitet halt zu zweit. Und das war vielleicht der einzige Nachteil von meinen Gästen, da die halt nichts wollten und ich auch keine Ahnung hatte, deswegen ging mein Service recht schnell. Das heißt, ich war, ich glaube, ich war bei jedem Gang der Erste, der halt das gemacht hatte. Und bei meiner Tischnachbarn, wo ich dann natürlich auch geholfen habe, da habe ich dann gesehen, dass sie teils Sachen anders macht, die dann mehr Sinn machen. So, und das war dann, vielleicht kann man da auch gucken, dass man da, also da hat man recht wenig, oder man hat da schon ein bisschen Spielraum, aber man kann da schauen, dass man da, ja, ein bisschen, also eben danach dran kommt, dass man nochmal sieht, wie es geht. Oder, was natürlich auch schlecht sein kann, ist, wenn die das falsch machen, dann machen wir es auch falsch. Und muss man auch sagen, bei mir war es gut, dass es eben vier, also vier Leute waren, vier richtig gute Gäste. An manchen Tischen saßen auch Prüfer dabei, das ist auch nochmal anders, wenn da jemand da ist, der halt da auch mit dem Block da sitzt und hier unterm Tisch immer das ein bisschen schreibt und so und so und so. Also ich hatte, also es hätte nicht besser laufen können. Auch zu dem Prüfer noch ein Wort, da war auch eine Lehrerin dabei, die ich an der Berufsschule hatte, die wohl zu einer der besten Lehrerinnen gehört, die es da gibt, kann man glaube ich so sagen, die halt nicht nur in diesem System arbeitet, sondern in diesem System versucht, neue Wege zu gehen und Sachen zu machen, die halt den Schülern sehr dienen. Auch da, das kann man natürlich nicht beeinflussen, aber wenn man dann solche Leute hat und weiß, dass sie einen so ein bisschen kennen oder so, wo man so ein bisschen die halt auch einfach kennt, dann ist es einfach eine gute Sache. Aber das kann man halt auch im Voraus nicht wirklich wissen. Der Weinservice zum Hauptgang lief auch sehr gut. Und irgendwann war es dann halt vorbei. Also ich weiß nicht, was ich jetzt noch erzählen soll. Man hat da eben seinen Ablauf, den man schon sehr oft geübt hat und so und wo man auch, ja, den man auch hundertmal davor durchgeht und so weiter vor der Prüfung als Vorbereitung. Und ja, irgendwann bezahlen die Gäste ihre Getränke. Bei mir war es dann halt auch wieder einfach. Die mussten einfach nur einen kleinen Sprudel bezahlen und haben auch reichlich Trinkgeld gegeben. und so ein bisschen, das war einfach super. Ja, und irgendwann war es dann halt vorbei, zum dritten, vierten Mal jetzt. Und die Gäste sind gegangen, haben sich verabschiedet und so weiter. Und die haben auch dann auch mit dem Bein auf mich angestoßen und so, meine Gäste. Also es hat mir alles Gute gewünscht und so und ich ihnen auch und alles. Also es war nie gedacht, dass ich so positiv, also dass es dann so läuft. So, das fällt mir jetzt auf, wie gut die Prüfung eigentlich lief. Und zum fünften Mal, dann war es halt irgendwann vorbei. Die Gäste sind gegangen, man musste dann zusammen aufräumen. Und da hat man auch zusammengepackt, also wieder so tischeweise oder wer halt schon ein bisschen weiter war, hat er beim anderen angepackt und so weiter. Und dann haben unterschiedliche Leute halt abgetrocknet und gespült und sich Tischdecken zusammengelegt und alles mögliche halt aufgeräumt. Und da gab es dann einen Moment. Also ich habe gespült, ich habe diese, oder ich war in der Spülküche, ich habe diese, diese großen Teller, wie heißen die nochmal, diese Platzteller, das waren so Metall, so ein bisschen achteckige, so Metallplatten, so, die musste man mit Essigwasser abreiben, das habe ich gemacht. Und das waren sechs Tische, mal acht, nein, mal vier Platten, das sind 24 Platten, sechs mal vier, ja, 24. Und die muss man abreiben und das hat halt schon eine ganze Weile gedauert, so bis die, bis ich da durch war. Und spätestens da ist es mir dann gekommen, so, hm, habe ich jetzt die Prüfung bestanden? Es lief nicht gut. Also der Service lief nicht gut. Okay, beim gastenorientierten Gespräch und beim Rezessionsgespräch habe ich gepunktet da. Das soll passen. Aber Service lief echt nicht gut. Und ich wusste halt, also ich wusste, ich weiß, ich weiß viele Fehler, die ich gemacht habe, im Nachhinein, oder wo ich es dann bei anderen gesehen habe, die es anders gemacht haben, wo ich dann mir ziemlich sicher war, dass die es richtig gemacht haben. Ich bin hin und wieder zum Beispiel falsch rumgelaufen, und so, das ist der Klassiker. Oder ich habe auch teils meine, die Männer saßen bei mir vom, also vom Beistelltisch gesehen, auf der linken Seite. Video ist aber, also hier ist halt links, hier ist rechts, ist auch ein Video. Das heißt, also Männer saßen hier, Frauen hier. Das heißt, ich hätte eigentlich erst einmal rumlaufen müssen und dann die Frauen bedienen müssen und dann nochmal die Runde machen und dann die Männer bedienen müssen und dann nochmal die Runde machen, so. Und ich habe, glaube ich, beim ersten Gang habe ich erst die Männer gemacht, also Säuterei nach, so. Weinservice habe ich richtig gemacht, glaube ich. Da bin ich richtig rumgelaufen mit der Präsentation und mit hier und da und der hat, also Weinservice habe ich auch natürlich auch noch nie gemacht, also so, so mit diesen ganzen Teller und mit diesen Servietten dann noch abwischen und hier und her, aber das habe ich, glaube ich, richtig gut gemacht. Jedenfalls habe ich da meine Platzteller abgerieben und habe es so gerieben und dachte mir so, scheiße, das ist nichts, das ist nichts. Und ich hatte echt kein gutes Gefühl. Also, und in der Fall, ach, nee, ist egal. Und irgendwann waren dann auch die Teller durch und die Spannung steigt dann natürlich, weil man da natürlich noch nicht weiß, ob man verstanden hat oder nicht und ja, einfach so ein beschissenes Gefühl. man ist dann halt überall fertig und dann gibt es da noch ein paar Sachen, wo man hier noch ein bisschen mithelfen kann und da noch hier sich Besteck einräumen oder was das war. Und dann kam irgendwann der große Moment und dann fragen die noch, ob man sich erst umziehen möchte und dann die Auswertung machen soll, aber, also, ob man nicht halt so, nee, nee, so. Also, ich habe dann, ich habe das auch gesagt, nee, lass uns lieber erst, also, ich bin jetzt nicht so jemand, der so ständig so auf, der so aufmuppt, muppt, mippt und so, so vorlaut ist und so, aber da habe ich schon gesagt, nee, bitte, lass uns das gleich machen. und dann hat man sich auch wieder so aufgestellt, also, auf der einen Seite die Prüfer, auf der anderen Seite die Prüfungskommission, die Prüfer, auf der einen Seite die Azubis, auf der anderen Seite die Prüfer und dann gab es wieder so eine blöde Einleitung, so, die sollen sagen, bestanden oder nicht bestanden, aber nein, ähm, nee, sie haben sich halt noch mal so gesagt, ja, hier, ich weiß gar nicht, was sie gesagt haben, aber irgendwelche einleitende Worte und, und dann, habe ich das, habe ich gar nicht hier, nein, ich muss es holen, ich muss es holen, so, hier, und dann haben die halt, also auch wieder so gesagt, so, ja, blablabla und so, und dann kamen die hier mit diesen, das sieht dann so aus, ähm, und die haben dann auch wieder so gesagt, ja, hier, in meinem Namen, in meinem Fall jetzt, also, sie haben jetzt nicht gesagt, das bestanden hier, bitte schön, sondern gesagt, Paul, herzlichen Glückwunscher, bestanden, so, aber hey, dann hat man irgendwann das hier, so sieht das dann aus, hier, ein kleines Hackchen, an der, dieses Kreuz an der richtigen Stelle, bestanden und so weiter, und das ist dann noch nicht die, das letztendliche, was man dann bekommt, ähm, das ist dann nur so eine vorläufige, was weiß ich, Bescheinigung, dass man das halt, dass man halt bestanden hat, und, ähm, und so ein, also so ein, also so ein, also so sieht das, das ist dann dein Ziel quasi, das hältst du dann irgendwann in die Hand, hoffentlich mit dem Kreuz an der richtigen Stelle, und dann wurde gesagt, dass, dass dieses letztendliche, also das Zuschicken des letztendlichen, äh, Zeugnisses und so weiter, und der, ähm, der Ergebnismitteilung, die Abschlussprüfung, ähm, dass das immer so zwei, drei Wochen dauert, aber bei mir war es dann schon am Samstag, also zwei Tage später da, und dann, hat man endlich das hier in der Hand, ich zeige das mal auch so hier, ja, ja, ähm, was sich Prüfungsdeugnis und so weiter hat, ähm, ich lese mal vor hier, Prüfungsdeugnis nach, Paragraf 37 Berufsbildungsgesetz, äh, mein Name, Paul Amerscher, Geboren und so weiter, in Backnang und so weiter, hat die Abschlussprüfung, in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf, und helft auch mal mit dem Gesamtergebnis befriedigend, äh, 70 Punkte bestanden, und dann ist hier halt aufgeschlüsselt, welche, wie viele Punkte man, hier in der praktischen Prüfung hat, da habe ich 67, was jetzt nicht schlecht ist, und dann hier die Ergebnisse der schriftlichen Prüfung, also, ähm, die einzelnen Teile der beschriftlichen Prüfung, da habe ich Gäste, Empfang und Beratung, habe ich nur 65 Punkte, in Marketing und Arbeitsorganisationen, habe ich, also 88 Punkte, und in Wirtschaft und Sozialkunde, habe ich 77 Punkte. Ein kurzer, Hint, in diesem, das ist, das ist so interessant, wie wenig dieses Zeugnis, mich, gefühlt, widerspiegelt, also, das ist, das passt nicht zu mir, und hat, sagt überhaupt nichts aus, aber das ist nur so ein kleiner, ähm, genau, hier sind dann noch so, hier ist die, dann, also, es gibt dann auch hier so die Erläuterung, zum Prüfungsdings, dass, wenn man das Zeugnis, irgendjemand schickt, dass der weiß, wie er das einschätzen soll, was, wie gesagt, keinen Sinn macht, eigentlich, dann nehmen wir das Ganze noch in Englisch, also, ich bin jetzt ein Hotel-Industrie-Expert, den Begriff habe ich jetzt auch zum ersten Mal gehört, so, und, wenn das jemand im Ausland, also, diesen Begriff sieht, ich meine, da kann man, eigentlich, das ist alles auch, sehr geil, und hier wird auch nochmal, das Ganze auf Englisch, diese Erklärung von diesen, von dieser, Dingsbums halt, und hier noch eine Mitteilung, über die Bestand der Abschlussprüfung, und so weiter, und so weiter, erfolgreich abgelegt, und so weiter, und wie man das hier, noch irgendwas, das habe ich ja gar nicht durchgelesen, ein deutscher Kollege, das ist ein Betriebswirt, Fachwirt, bla, alles nicht so wichtig, was noch wichtig ist, habe ich schon gezeigt, meine nicht, oder was noch interessant ist, hier die Ausschlüsselung, von den ganzen Prüfungs, den ganzen Punkten, wie das Ganze ausgerechnet wird, habe ich auch nicht angeschaut, das ist mir viel zu kompliziert, also jedenfalls, habe ich einen Durchschnitt, von 70 Punkten, das sind drei, und ab 81 Punkten, hier steht, das sind zwei, also da, ich meine, da kann man, also, drei ist gut, also, das ist, und das war meine praktische, Prüfung, ich hoffe, also, mein Wunsch, oder mein Ziel, mit diesem Video, ich habe das schon eingangs gesagt, dass ich damit die Spannung, oder den Stress, von Prüflingen, die das auch noch machen müssen, ein bisschen rausnehmen kann, es ist eigentlich, muss ich einfach nur vorbereiten, und dann Kopf, also Augen zu und durch, Kopf zu die Wand, also, und man, man kommt nicht drum herum, dass man aufgeregt ist, und du wirst Fehler machen, Stellfragen, bereite dich vor, guck, dass du vielleicht auch mit anderen dich vorbereitest, ich habe gerade in den letzten Wochen, mit einer Klassenkameradin, immer wieder bei WhatsApp, geschrieben, und, da haben wir noch ein bisschen Fragen, hiermit hergestellt, und wie war das nochmal mit dem, und hier, und was ist schon alles, was ich eingepackt, und so weiter, und wie war das nochmal mit Taschenrechnern, und hier und her, und Wechselgeld, und Zeugs, Wechselgeld übrigens, war auch so eine Sache, die in der Beruf, also wo in der Berufsschule gesagt wurde, hey, unbedingt mitbringen, hat man da nicht gebraucht, und, ja, ich hoffe echt, dass das wirklich, dass du das Bestandest, dass du gut durchkommst, und dass, ja, du dann noch weiterhin, noch viele, viele Jahre, in der Branche bleibst, das ist eine geile Branche, auch wenn es nicht so geil ist, hey, du bist die, du bist die Veränderung, die die Branche brauchst, und schreib doch mal in die Kommentare, und so weiter, wie deine Prüfung war, wie es lief, was bei dir anders war, würde mich sehr interessieren, einfach weil ich mich, persönlich auch da investieren möchte, ich möchte gucken, dass die Ausbildung besser wird, dass die, die Branche wieder zu einem, besseren Ruf kommt, und, so weiter, wie gesagt, werde ich auch versuchen, andere Videos zu machen, ich möchte, versuchen irgendwie mal, so ein, so ein perfekter, so ein perfekter Service, so aufzunehmen, halt irgendwie, dass es im Internet ist, es einfach so eine Lernressource ist, dass man, darauf immer wieder zurückgreifen kann, und schauen kann, wie es jetzt wirklich, läuft, und sich dann Notizen machen kann, und so weiter, und, ja, in diesem Sinne, Video ist schon lang genug, Tschüss.